Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 23. September 2019. Ihr habt heute Montag. Die Woche geht wieder los und ihr hört die Geek Talk Daily 701. Mit dabei habe ich die folgenden Themen. Datenwelt Rekord, 24. September, Netflix CEO, Windows 10, Wahlmaschinen und Xiaomi faltet. Zuallererst kommen wir zu einem Datenwelt Rekord und der soll anscheinend Apple aufgestellt haben. Laut dem international immer noch grössten Knotenpunkt dieses Internets, der in Frankfurt steht, hat nämlich ab Apple da einiges an Daten durchgeputtert. 7,1 Terabyte pro Sekunden sind durchgegangen, als am, ja wann war das jetzt schon wieder, ja damals, als das iOS 13 rausgekommen ist. letzte Woche irgendwann, genau am Donnerstag um 19 Uhr. Und das soll, wie gesagt, ein riesen neuer Rekord sein im Vergleich zu dem, was bis jetzt so durch das Internet geschleudert wurde. Und das wird nicht so schnell ein anderer Hersteller schaffen, denn, ja, einzig die Apple-Jünger sind so schnell mit dem Updaten da. Ja, würden wahrscheinlich einige Android-Leute auch, aber da fehlt es dann am Update. iOS 13 bekommt in der iPadOS-Version, also die fürs iPad, neues Datum. Auch das gleiche gilt für iOS 13.1, was eigentlich am 30. September diesen Monat hätte kommen sollen. Und Apple hat da jetzt was verschoben. Und zwar dieses Mal nicht nach hinten, sondern nach vorne. Da zum einen wahrscheinlich auch ein paar kleinere Bugs drin sind, die schneller raus müssen als gedacht. Und so weiter hat man das Ganze vorziehen können. Kommt am 24., also schon in zwei Tagen, das grosse Update. Meine iPads werden sich auf jeden Fall freuen. Der Netflix-CEO ist nicht ganz so nervös, aber dennoch weiss er, dass harte Konkurrenz kommen wird. Mit Apple TV, Disney Plus und so weiter, das hat er wieder mal in einem Interview bekannt gegeben. Was er vor allem meinte ist, dass die ganzen Produktionskosten jetzt dann in der nächsten Zeit durch die Decke schiessen werden. Ihre eigentlich für Netflix-Verhältnisse diese sehr, sehr teuer produzierte Serie The Crown wird dann plötzlich wie ein Schnäppchen aussehen, meinte er. Ja, da dürfen wir mal gestanden sein. Vor allem, wenn man sieht, was Apple da so in den Topf schmeisst für die ganzen Sendungen, die sie da produzieren. Wer Windows 10 nutzt, der hat aktuell ein bisschen mehr Bugs als auch schon. Das sei so, wie ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter in einem Interview behauptet. Das Interview werden wir euch natürlich verlinken. Also es ist kein Interview, es ist ein Video von ihm. Und er geht auch ein bisschen darauf ein, weshalb das so ist. Früher gab es viele, viele Tests. Entwickler haben da sich vor Hardware jeglicher Couleur gesetzt und Windows 10 durchprobiert. Geschaut, wo da noch Ecken und Kanten sind und haben Bugs registriert, auf die Liste gesetzt und nach und nach abgearbeitet. Das Ganze läuft heutzutage vor allem in Virtualisierungen und die Hardware-Tests, ebenso wie man es von früher her kennt, wo eben viele Entwickler von Microsoft da dran waren, das hat man ausgelagert in Richtung Community, das Windows 10 Insider-Programm. Ja, das sind die neuen Tester. Natürlich günstig für Microsoft. Die kosten nicht ganz so viel und das Produkt reift beim Kunden. Das kennen wir ja von vielen anderen Herstellern leider heutzutage auch. Und er meint, das Problem da sei, dass natürlich, wenn ein Fehler entdeckt wird, dass ein Tester erstmal melden muss und zweitens auch schön dokumentieren muss, damit der am anderen Ende, der das ausbügeln muss, dann auch richtig ausbügeln kann. Und nicht erst nochmal selber die ganzen Tests nachmachen und versuchen, den Fehler zu finden. Und da scheitert es eben anscheinend. Es gibt sonst noch ein paar Dinge und ja, am besten schaut ihr euch mal das knapp, was sind das, 15, 16-minütiges Video an, 16 circa Minuten langes Video. Sehr interessant und anschauenswert. Weiter geht es auch mit Windows, und zwar 7, nicht Windows 10. Wir haben ja schon mal berichtet, dass am 14. Januar 2020, also bald schon, Windows 7 auslaufen wird. Jetzt ist aber bekannt geworden, dass es noch Verlängerung gibt. Aber ganz kurz durchschnaufen, nee, ihr alle sollt auf Windows 10 wechseln. Weiterhin Updates erhalten werden, einzig und allein die ganzen Wahlmaschinen, weil im nächsten Jahr Wahlen sind in den Staaten und da sollten die zertifizierten Maschinen von Windows oder von Microsoft, besser gesagt, auch lauffähig sein. Anfang dieses Jahres hat er es vorgestellt. Der CEO von Xiaomi hat sein faltbares Smartphone gezeigt. Lang war es ruhig, irgendwann hiess es mal so, im Sommer kommt was, dann wurde es noch ruhiger. Und ja, jetzt wissen wir es. Am 24. September, also in zwei Tagen schon, einem Tag schon besser gesagt, wird das Xiaomi Mi Mix Alpha vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, anhand des Screenshots, wo man das Ganze zwischen Büchern sieht und auch dem grossen Wallpaper, wo man die Kameras hinten sieht, ist die Frage, ist das Smartphone wirklich faltbar oder hat es nur diesen Waterfall-Effekt, wie man es von Samsung und Huawei und ähnlichen Geräten kennt. Wir dürfen gespannt sein und ja, übermorgen in der Daily werdet ihr wahrscheinlich mehr dazu erfahren. Ihr dürft gespannt sein. Euch wünsche ich einen schönen und guten Start in diesen Montag und ja, wenn ihr mögt, hört ihr morgen wieder zu. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.